Ein Lohls, was ist das? Wir kommen auf den Backersfeld. Was sieht so aus, ist das? Was sieht so aus, ist das? Wir fahren auf der B20. Hier ein gefährlicher Pinsel übrigens. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Das ist ein leichter Mann, was das ist. Das war's für heute.